Das ist schon der Was heißt dort? Sie sind da? Hier in Raffi Ja, Kontrolle Gestern, kein Vollzeithaus Was kontrollieren Sie? Ob Auto betont ist oder nicht betont ist Ich schaue danach Ich mache illegales Tuning Das geht aber weil Na ja, es gehört illegales Tuning In anderen Ländern ist es erlaubt Aber in Deutschland ist es halt nicht erlaubt In Deutschland braucht es halt alle Einträge Und in anderen Ländern ist es urscht In der LK Hauptsautos sicher Ich habe sogar gehört in Dubai Da werden einfach so normale Autos genommen Haben vielleicht nur 2 Wp oder 130 Wp Das ist einfach nur Und das ist so oft gemotzt Das jetzt halt nach 7 Wp oder 8 Wp hat Die wollen ja so viel Wp haben Mindestens 7 Wp Aber das Fahrwerk und die Bremsen Wird original verlassen Nur das hat nur Motor und das Getriebe Und Der Abgaserlager Und Der große Turbolader Keine Ahnung was sie erst machen Es ist sogar so vergolden alles Aber Fahrwerk und Fahrwerk Bremsen Bleiben gleich Haben Sie mal erzählt Im Fernsehen MpV So Und das müssen wir da bezahlen Das heißt wo wohl zahlen ist und kontrolliert Ist es ein großes Treffen Zahlenfalls ist es Was geht durch bis Fetzloh? Ne Bis Fetzloh werden die Autos angeguckt Dann gibt es Werder Und wir haben alle Autos da Alltimer Alles Heute ist halt Das Warten auf der Tuning treffen Autotreffen Und gestern halt nur Spendig treffen Hallo Zum Treffen Ja Fahr rein Fahr rein fahren wird schwierig Besuche oder Was hast du vor? Schnell Ich wollte nur was angucken Straße runter sind Besucherparkplätze Straße bitte selber nicht benutzen Und weiter fahren Achso da hast du kein Platz mehr Ne das kommt noch nicht Ist doch Platz Bitte Ist da noch Platz? Ja Wenn es sich anstellt Was kostet es? 13 Euro Ja Glaube ich Besucher nicht Besucher nicht Besucher sind oder nicht Das sind doch kein Besucher Ich habe das euch mitgenommen Jetzt muss der runter fahren und wir hochfahren Ja Da waren wir schon mal Nicht als Besucher Wir müssen nur drehen Wir wollen auf ein Treffen drauf Wir wollen auf ein Treffen drauf Wir wollen auf ein Treffen drauf Der muss drehen Danke schön Ups Wenn da Platz ist Bleib durch draußen So was ist jetzt so runter? Wir wollen jetzt rein Ich kann mal so oder? Nicht Da oder? Das habe ich wohl Keine Ahnung zu ihm Was kostet eine Bewertung? Ja Ich darf nochmal Ich darf nochmal So was? Ey du kannst gleich dazwischen durchfahren Wo? Dazwischen mit dem Lammbruch Ok Pass auf Zwischen Lammbruch und Zürbern durchfahren So Kannst du euch? Ende einfach Zur Backe So So Und jetzt hin? Dahin So Dahin stellen Ja Das reicht Weitere Weitere Und weiter rüber Was ist das? Ja 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 Das war irgendwie Ja 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 Du hast ja noch genug Plätze haben um sie zu aussteigen Ja Einfach so, gerade so Kommi, schau mal wegen Sonne wie weit Es braucht noch genug Plätze mehr aussteigen Ja Wir lassen ihn jetzt so Jetzt eigentlich Sonst wäre ich wir nicht mal aufsteigen Er hat sonst Angst dass er nicht raus kommt Ja Als großer Mensch ja mach das ja ich bin groß und dann ist jetzt ein bisschen da hast du die nummer drauf hat die kassettnummer so hier ist der king alex dme heute habe ich jetzt das teil nicht vergessen und habe dann die wuppe so gestaltet im west da ist der king alex und ich habe heute davor diese mit dem bartelwandel als probing gestellt gebaut mit ein paar ständer und habe heute in der kinderlager so eingestellt hier meine sitze und wir sind hier eng 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 bagen an autos eng 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 naja ich glaube ich sitze das küssen ich glaube ich lieber raus das ist glaube ich noch voll jetzt machen wir hier unser ding rein und das hier vorne jetzt sinds noch frock und das küssen und das küssen ist auch drauf gestaltet also sagen wir so fertig haben wir das so jetzt hingestellt und der dinge irgendwie jetzt hier haben wir noch so eine startnummer wo ist die papra schwarz dann müssen wir das hier wieder richten und so kommt der wind also da steht ja kein args bei mir und jetzt schauen wir hier um zum treffen aber davon gehen wir kurz den Daumen hoch so kommst du mit hallo wir laufen jetzt durch da steht jetzt einander wenn wir da da steht er gegen args bei mir und ja wir haben ja alles durchgeguckt das sieht aus ja schön hier da ist ja kein args wieder es ist ja hier wir hatten die Nummer 456 wir hatten die Nummer 456 das ist ja hier Hier steht die Nummer. Unsere Nummer. 456. Gut. Ich hab meine Puppe immer. Ein Ständer und alles. Die Sonnenbrille ist weg. Wir sehen, wie wir fangen wollen. Ach, der Motorräder. Das liegt echt gut zu uns. Gut. Ich bin ziemlich dicht geflogen. Meine Puppe. Das ist nur ein Ständer für ein Ding. Handy, Alter. Ich hab selber vorgestanden. Aufmachen. Jetzt wird alles aufgeräumt. Mal starten nochmal. Jetzt soll ich aufräumen. Ja, wir haben alles aufräumt. Wir räumen jetzt alles auf. Die Kursiert war schwarz. Mit dabei. Wir räumen jetzt alles auf. Mal Autos haben. Also Ella curent. Ja. Danke. Ja, nötsame. Ja, dençer meiner ist. Okay, danke dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist toll, das ist gut. Okay. Jetzt beinern Sie die Boxen.